Jetzt, Schätzchen, jetzt sind wir allein, wir können vertraulich umplaudern. Es wird ja nichts Wichtiges sein, ich darf bei der Arbeit nicht zaudern. Ein Wärtchen, du trotzige Du, so sprich nur die Höhle ja zu, die Höhle ja zu, die Höhle ja zu. Wenn du mir nicht freundlich erblickest, so bring ich kein Wärtchen hervor. Wenn du nicht in die Schicht gestocht, ich mir freundlich versuch. Wenn du ein Wärtchen, du trotzige Du, so sprich nur die Höhle ja zu, die Höhle ja zu, die Höhle ja zu. Wenn du das Wort nicht fehlt, was meinst du, wir könnten in wenigen Wochen recht schön, du bestimmst schon die Zeit, du bestimmst schon die Zeit, recht schön, recht schön, du bestimmst schon die Zeit, recht schön, recht schön, du bestimmst schon die Zeit. Wenn du nicht in die Schicht gestocht, kann ich nicht rein. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich war ihm sonst recht gut, aber da kam Fidelio in unser Haus und seit der Zeit ist alles in mir und um mich verendet. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 Du machst deine Sache gut. Ich tue, was ich kann. Sei gewiss, dein Lohn soll nicht ausbleiben. Oh, glaub nicht, dass ich nur des Lohnes wegen... Meinst du, ich könnte dir nicht ins Herz sehen? Ich tue, was ich kann. 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 Untertitelung des ZDF, 2020